Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Und denk nicht nur, Rog, ich trau dich nachzusehen, was du trafst. Vielleicht ist es ja gut, verschließ dich nicht vor dem Horizont der Freude. Ja. Dann lassen wir es doch erst mal so. Hallo, heute ist unser zweiter Drehtag. Und wir drehen als erstes ein paar Szenen in der Küche. Komm, bitte ich mir zeigen, wie wir gerade aufbauen. Wir haben eine Küche. Hauptsache, wir laufen unsere ersten vier Wege gleich nicht. Zeigst du die Szene dann, wenn wir die... So, dann... Hallo! Man sieht mich beim Putzen. Ich bin ein schöner Chef. Ich muss aufstehen. Was? Welche Wasser, diese? Du kriegst noch kein Wasser. Das ist gemein. Wie ist das? Ali, liest sie gleich los, oder? Was? Liest sie erst mal was an. Okay. Gibst du das mal rein? Wenn du was verschüttest, musst du es wegmachen. Wir sind hier ordentlich im Haus. Gut, bau mal drauf. Okay, jetzt mach zu. Und es fängt jetzt so an, dass du so kommst. Ja. So. Einfach von hier. Und man sieht erstmal nur so. Ja. Du kommst, stellst dein Glas hin. Ja. Hey, yo. Gestern nach war geil. So? Ja. Nein. Wenn du meinst. Du trinkst erstmal noch nicht so schön. Was machen wir nicht? Außer bevor du dich hinlässt. Ja. Du wirst dir jetzt noch vorkommen, weißt du. Ja. Hoch. Und wenn du das, das machen wir jetzt noch nicht, weil... Was hast du? Ne, okay. Weil du gießt dann was ein, aber das machst du jetzt nicht. Und ich würde das auch... Das ist nicht richtig so. Okay. Was soll ich machen? Du gießt ihm dann was ein. Ach so. Soll das so... Und in der Zeit... Alkohol sein? Nachst du sowas machen? Ja, aber im Film. Ich meine... Nein, auch. Nein. Ach so. Anstatt von ähm... Anstatt Sterne vom Himmel zählt... Himmel zählt Stein anbekannten Glitze. Nach den 89,6 Karat schweren Diamantenpinster aus dem Purgon Museum auf der Museumsinsel. Der Wert des Steine wird von Experten und Experten nehmen auf... Umgerechnet ca. 61 Millionen Euro... Wie schätze? Uh, uh. Ja, ja. Allerdings Teil der iranischen... Äh... Konjubilis... 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 Ja, Konjubilis... Ja, Konjubilis... Na? Kommen sie mal her hier. Soll ich weiß. Kommen her. Das ist nicht von mir. Kommt mal her hier. Ich will so gar nicht raus. Oh, da ist sie ja. Du kannst auch gerne mal... Vorsichtig. Genau. Ja. Perfekt. Und jetzt einmal... Jetzt hält er sich gleich auch bestimmt fest. So. Jetzt könnt ihr euch erstmal mal ein bisschen anfreunden. Ansonsten... Den kannst du... Hast du mich ja auch gesehen. Wenn er... Wenn er irgendwo nicht hin soll... Na, ich bin glaub ich ganz gut abgekapselt. Ja. Ja. Sie ist schon wieder so lange weg. Was meinst du, wo sie steckt? Ja. Und ich dann neben drinnen? Oder irgendwie drinnen? Genau. Das ist eine gute Frage. Dann nehmen wir das besser für die Kamera runter. Ja, genau. Das wäre halt hier nur eigentlich gekommen. Weil sonst haben wir halt immer irgendjemanden, der halt mit dem Rücken zum Ding zur Kamera ist. Den setzt ihr euch wahrscheinlich damit hin. Ja, das sieht schon gut aus. Ja, wir haben ein bisschen weniger Licht jetzt da als letztes Mal. Die funktioniert irgendwie nicht mehr. Hm. Aber... Aber wie haben wir den hier noch? Richtig. Deswegen habe ich ihn nochmal mit hergeholt. Ja. Das ist natürlich jetzt ein bisschen kaltweiß. Ja. Ein bisschen kontrastig. Ja. Aber ich würde sie auch eigentlich hier hinten hinstellen. Ja. Dann machen wir mal mit den Dingern an. Dann sehen wir das. Also ein indirektes Licht von oben. Ja. So ist es am besten. Ja, genau. Sehr schön. Genau. Also dich technisch auch. Jetzt nochmal erklären, okay? Ja? Genau. Also nochmal, okay? Ja, mach das einmal. Das ist super. Ich stehe hier. Genau. Dann Atem zu dir vorn rein. Du sagst, ich habe. Mhm. Du sagst, ich habe. Natürlich. Ich sag so... Du kannst dich hin setzen, wenn ihr wollt? Ja. Ja. Die sagen erst, sie wollen dir was zeigen. Dann sagst du hinsetzen. Ja, genau. Ja. Vergesst nicht. Vergessen. Sag einfach. Also. So. Und dann. Ja. Ja. Erstmal muss so sein. Ah ja. Ja, dann machst du halt so. Dann langsam. Genau. Dann kommen sie rein. Und dann bleibst du hier und lässt sie rauslaufen. Das ist besser. Ja, dann drehst du da auch so ein bisschen an da, wenn sie hier zu Stühlen laufen. Hallo. Ja, wir haben hier was für Sie. Ja. Nehmen Sie bitte Platz. Ich komme gleich. Ja. 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 Anni sind noch nicht da. Warten wir auf Ali und Liwa. Lass mal auf Ali warten, dann kurz da. Aber die Eltern wissen ja, ich bekomme die Kamera auch und dann ... Ja. Dann gibt es von innen. Da daneben gibt es doch hier gleich noch so einen ... Schrecklich? Nein, Chinesisch essen. Ich mache Sämpfechen und Brot. Es gibt gleich Essen, alles gut. Was machen wir hier? Wir drehen gerade eine Außenszene. Ich glaube, wir drehen Szenen fünf, sechs. Irgendwas zwischen fünf und fünf. Es geht um eine Diskriminierungsszene. Genau, eine sehr wichtige Szene. Warum soll man Bumme geben? Ist nur eine kleine Szene. Egal, da hat er für die kleinen Szene eine Bumme bekommen. Nein, die kann. Könnt ihr das? Dann müsst ihr in den nächsten Szenen so blaue Augen haben. Kein Problem. Oder einfach schwarze Bilder und dann sieht man ihn mit blauem Auge. Oder einfach, dass ich auf dem Boden bin. Oder ich sage ihm... Ja, zwei Sekunden später liegt er auf dem Boden. Ja, und dann kann er sagen, ich habe ihm gesagt... Er will wieder auf dem Boden liegen. Ja, und du kannst ihm sagen, ich habe dir gesagt, leg dich nicht mit den Kanaken an. Ja, nicht wuchten. Du bist doch, dass ich wuchtelehe. Nein, wir tun nur so. In jeder Lüge sind wir keine Schwule. Wir sagen nur so. Ich verstehe schon, was du meinst. Um Geld zu verdienen. Wer macht das? Wer von euch? Das mit der Bombe. Aber nur an deuten. Ja, okay, ich mache das. Du machst das? Ja. Ja, oder? Du kannst es nicht richtig geben, ja? Ich gebe nicht, Habi. Wie war der? Denkst du, ich verletze dich? Habi? Ich habe ein guter Herz. Ich nicht. Ich vertraue dir, ja? Sein Kopf muss schwimmen. Nein, nein, tu mal so. Als würdest du wirklich einen Bombe bekommen. Bam! Ja, das ist super. Das sieht echt aus. Sehen Sie? Total klasse. Kannst du bitte das auswählen? Jetzt, ich schaff die ganze Zeit da hin. Ach so. Stimmt. Das Ding ist, du musst praktisch... Jetzt, während du drehst, du musst hier so über ihre Blickachse springen, damit das funktioniert. Beweg dich nicht. Nochmal, sag's nochmal und zisch mal richtig so. Beweg dich nicht. Super, danke. Ja, das ist perfekt. Und die Schärfe hast du hier vorne. Ganz wichtig, ne? Ja, okay. Dann sitz dich mal kurz. Lehn dich mal. Also, wie du... Ne, ne, da vorne. Vorgelenkt. Wir machen noch eine Probe, aber ich filme dabei, ja? Okay. Okay. Alle auf Position. Wie darf ich mich jetzt setzen? Kamera läuft! Kamera läuft! Und dann, wie du siehst. Ja. Die ist ja noch gut. Ja, das ist schon gut. Ja, das ist schon gut. Also, wenn du siehst, dann, wie du siehst. einer dunklen Seitengasse. Sie bekommt eine SMS von Dark Knight, ein neuer Auftrag. Sie soll jemanden verfolgen, aber weiß noch nicht, wen sie geht nachdenklich in die Dunkelheit.